Einer der Influencer, die ich am coolsten finde, ist Richard Branson, oder generell so Start-Up-Unternehmer, die was jetzt einfach breitbandig denken, einfach über den Tellerrand hinaus. Die Jules Vogel, die da hinten steht, die ist auf Instagram recht beliebt, die Anna-Laura Kummer und ich habe ein paar so YouTube-Stars wie die Baby's Beauty Palace und so. Ich habe ganz in der Nähe von meinem Heimatort die Karin Kaswam, Constantly Kay, die ich verfolge und Karo Dauer finde ich sehr cool.